du sag mal hast du heute noch sehr viel vor ich habe ich noch zeit also es geht was im jetzt jetzt los da du ja freitag nicht kannst und so jetzt ist quasi der junggesellen abschied von fia und das sind halt ursprünglich weil auch ehrlicherweise nicht so gut geplant von den trauzeuginnen nur drei leute aufgetaucht und wir brauchen ein paar leute da kommen sie durch ja und jetzt sind auch männer eingeladen und so und wenn du bock hast kannst du gerne dazukommen okay okay ja dann werde ich jetzt mal gerade die anderen fragen was sie jetzt vorhaben weil ich mich eigentlich gerade mit denen verabredet hatte mit wem denn so ungefähr mit willi beispielsweise hier ja also steven und ella kommen auch tatsächlich habe ich auch schon eingeladen ach so ja das ist ja mal da kommen wir wahrscheinlich gleich alle geschlossen genau ja perfekt dann in den bei uns klar als uns empire irgendwie freut mich da wunderbar bis dann dabei ne ja eben damit immer auf alles genau ich glaube es reicht zumindest habe ich das verbekerl gesagt aber ich meine ich habe das bei dieser besprechung auch gesagt dass sie als staatsanwälte entgegenkommen sollen bei anrechnung von haftzeiten Können Sie mir mal erklären, wie Sie das verfahren? Generell verfahre ich da so, dass ich erstmal gucke, wie lange der da sitzt, weshalb der so lange da sitzt. Wenn dies meinem Verschulden zukommt, bin ich da auch voll dafür, dass die Haftzeit in den Zellen, also die Hey Steven! Hello, was ist der Dresscode von Ihnen, der seine Abschied? Keins. Keiner. Tatsächlich. Also nackt. Du solltest irgendwas anhaben. Du solltest irgendwas anhaben. Irgendwas. Wir wollen uns irgendwas Lustiges. Muss es lustig sein? Nein, es muss tatsächlich nicht lustig sein. Also ein Rio-Boxer-Short. Ja, zum Beispiel. Die Einzige, die so ein bisschen eingekleidet wird, ist Fiat, glaube ich. Sonst ist Feel Free. Okay, perfekt kriegen wir. Ciao. Alles klar, ciao. Weil dadurch torpedieren sie nämlich genau das, was ich will. Ich möchte nämlich, dass die Leute sich einen Anwalt nehmen. Und ich meine auch, ich habe es erklärt, wenn ein Tatverdächtiger in den Zellen ist, dann will der ja natürlich so schnell wie möglich eigentlich daraus. Und deshalb nimmt er sich in der Regel keinen Anwalt. Weil das halt dauert, bis der da ist. Und er ja dann mit ihnen auch spricht und so weiter. Das heißt, das ist ein ein ganz wichtiger Grund, warum sich viele Leute keinen Anwalt nehmen. Und wenn man denen jetzt aber entgegenkommt und sagt, okay, die Zeit, die er in den Zellen ist, wird gegengerechnet, dann erhoffe ich mir, dass die Anwälte hinzugeholt werden. Weil dann ist es denen egal, wie lange ist da, bis der Anwalt da ist. Und mit ihrer Maßnahme prospedieren sie das Ganze. Okay, das muss ich sagen, das habe ich tatsächlich nicht so daran gedacht. Da muss ich mich entschuldigen. Gut. Ich möchte, dass sie das in Zukunft beachten. Denn wenn ich so was in der PO-Besprechung extra sage und dann es halt nicht umgesetzt, dann dann sehe ich nicht, ob da ein Erfolg eintritt oder nicht. Und dann sitzt bei der nächsten Anwaltskammer da und kann mir dann anhören, dass da keine entgegenkommen gab. Obwohl ich das dort angekündigt habe, dass wir das verbessern werden. Ist so angekommen auf jeden Fall. Das wird in der Zukunft, wenn ich das anders handhaben. Gut. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Geben Sie das bitte auch an die anderen Staatsanwälte weiter. Ich weiß nicht, ob die das so handhaben oder nicht. Ich möchte und ich werde das morgen in der Besprechung auch nochmal sagen. Ich möchte, dass das bitte berücksichtigt wird. Ja, und dass das auch den Leuten gesagt wird, dass ob die einen Anwalt möchten und dass das halt bei der eventuellen, beim eventuellen Strafbefehl wird das berücksichtigt, die Zeit, die sie in den Zellen gesessen haben. Also auch wenn jetzt das ein bisschen dauer, bis der Anwalt kommt und so. Sagen Sie denen das? Das werde ich so machen, ja. Gut. Und dann seien Sie bitte Multiplikator und teilen das auch so weiter in Ihrem Office mit. Ja, mache ich. Alles klar. Gut. Die beiden Fälle, die Sie gestern abgehandelt haben, die sind ja jetzt nochmal abgehandelt. Ja. Aber für die Zukunft möchte ich das bitte, dass das anders umgesetzt wird. Werde ich auch machen. Ich muss nur einmal dazu sagen, dass ich tatsächlich den, ich glaube auf jeden Fall den Einfall, dem ich auch entgegengekommen bin, tatsächlich jetzt nicht mehr in der Tatzeit, aber in dem Fall, wie es gemacht wurde und alles. Ja, Sie machen das, wenn Sie ein Strafbefehl ausstellen, können Sie das ja eben auch nicht mit der Haftzeit machen, sondern Sie müssen das anhand der Summe machen. Ja. Und das können Sie eben auch so sagen, dass Sie, eigentlich wäre das halt normalerweise Betrag X, aber da Sie die Haftzeit, die er jetzt da drin gesessen hat, meinetwegen eine halbe Stunde, dann sagen Sie, ich gehe halt 1500 runter, aus dem Grund, weil das angerechnet wird und dann ist das so. Ja? Ja, wäre ich mir so merken. Gut. Also Aufklärung der Tatverdächtigen dort ist halt alles, was die sich dann auch einen Anwalt nehmen. Ja. Und ich möchte, dass die sich einen Anwalt nehmen, wenn theoretisch. Ja. Man kann die nicht aufzwingen, das werde ich auch nicht gesetzlich machen, aber ich möchte eigentlich, dass die sich einen Anwalt nehmen. Die haben Ahnung davon und so weiter. Die sind auf einer Ebene mit Ihnen und aus dem Grund möchte ich das. Das war von der Seite das haben Sie sonst Fragen dazu? Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay. Gehen Sie auch gerne darauf ein, dass das ein Schnellverfahren rein theoretisch sein könnte, dass Sie sagen, wenn die ihn jetzt akzeptieren, ist die Sache halt direkt erledigt, wenn die akzeptieren, aber mit der Summe nicht einverstanden sind, würde es ein Schnellverfahren geben, das können Sie denen ja alles auch sagen, dass Sie die vernünftig aufklären dort. Ja. Alles klar. Und aber, das war schon alles, was ich Ihnen mitleiten möchte. Ja, dann machen wir weiter. Alles klar. Ja. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Tschüss, Herr Fell. Tschüss, Frau Arst. Na gut. Hast du dich anscheinend nicht vernünftig ausgedrückt? Internet, drop, drop, drop. Internet, drop, drop, drop. Was war los? Ich brauch, glaub ich, Bargeld, eine Menge. Ich glaube, Bands macht irgendwas. Ich muss irgendwie Ketten bezahlen oder so. Was? Wie? Was hast du jetzt gekauft? Ich hab mir diese Dings. Was? Was hast du jetzt gekauft? Ja, einmal diese AK-Dings da. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt privat zahlen soll, wenn das eigentlich von JTG-Kultur kommt. Aber ich zahle das privat. Ich sag dir, dass ich ein gutes Gewissen habe dabei. Ich merke das schon. Ach so, ich hab meinen Einsatz verpasst. Boah, das ist aber jetzt wirklich gut für dir denn machen. Das finde ich echt nett. Weil ich meine, alles andere hast du von JTG-Kultur über das DJ-Konto gemacht und dass du das jetzt privat bezahlt hast, das finde ich echt super nett. Zeig einfach, was für ein guter Mann du bist. Ehrlich. Direkt. Weiß nicht, bis du nicht und das Sarkasmus war und bis du ernst war. Teils, teils. Welcher Teil, welcher war? Musst du selber rausfinden. Und der erste Sarkasmus, schätzt du das, was war ernst. Tatsächlich, ja. Verdammt. Alles so auffällig. Wenn ich mir nicht vorstelle, dass du sarkastisch sagst, dass ich ehrlich bin und was noch? Hab ich schon wieder vergessen. Ehrlich, direkt und loyal. All diese, genau. Also all diese guten Eigenschaften. Würdest du nicht ironisch aussprechen? Nein. Ja, auch das ist ich gut für jetzt, ne? Wenn du heute schon so ein kleiner Schmollmops bist. Was ist jetzt mit dem jungen Gesellen Abschied da? Ja, ich würde losgehen. Wenn das okay ist, soweit er ihnen feiern. Weil Elena will ja Elena ruft noch an, wenn die PD Besprechung vorbei ist und dann will sie ja auch dahin. Ja, dann kann ich ja kurz Bescheid sagen, dass er vom PD zum Empire fahren soll. Krieg da hin. Gut, und außerdem ruft dich Walsh noch an wegen dem Schmuck. Natürlich. Also hast du ihm auch gesagt, dass er mich anrufen soll? Er hat gefragt, ob ich ihm meine Nummer gebe und so oder ob du immer an meiner Seite bist. Also die beiden Ketten waren 20.000 und dann wollte er noch Ringe besorgen. Die Ringe kosten alleine schon 10 oder so. Oh Gott, das muss ich mir, oh Gott, das soll ich jetzt als Bargeld mitschleppen, ja? Weiß jetzt nicht. Okay. Ja? Nee, das musst du ja nicht als Bargeld mitschleppen. Das ist halt bezahlt. Ich glaube, der ist nicht so eng, wenn wir das nächstes Jahr bezahlen. Lass mir einfach seine scheiß Konto nochmal geben und überweist das an. Okay. Noch was? Nee, ansonsten habe ich nichts weiter. Zubidubi. Gut. Ihr habt dann viel Spaß bei eurem. Danke. Dann bis morgen, wenn wir. Ja, tschüss. Yay, besprechungs Tag. So, nur aber flottiger Roddy. 20, 15 war gedacht, jetzt ist 21 Uhr. Aber, ey, wir haben, glaube ich, ein paar Leute da jetzt hingebracht, ja? Ich glaube, ja. Und dann ist Vier wahrscheinlich gar nicht da, oder? Hab sie noch nicht gesehen. Ich kann noch mal kurz gucken gehen. Ich brauche eh noch was zu essen. Yo, 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 yo. Oh Gott, Richmond, ich sehe, du magst dich entspannen, weil ich, du bist ein Geist. Sehr gut. Ich möchte noch einmal was kurz gucken, ich bin im Stress. Richmond, möchtest du mitkommen zu einem Junggesellenabschied? Jetzt. Oh Gott, keine Chance. Ich habe, ich habe drei, drei offene Sachen, die ich erledigen muss. Tut mir leid. Alles klar, dann, ciao. Aber tacke. Ja, ja, ich brauche noch was zu essen, ich bin fast am Verungernieren. Gut. Hab viel Spaß. Danke, da war ja wirklich eine schnelle Verhandlung. Hat die 20 Uhr angefangen, die war ja super schnell. Ich habe schon wieder Internet drops. Ich glaube, oh. Ist das vier? Hallöchen. Grüße. 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 Das sieht ein bisschen aus wie vier. Wir müssen vor vier da sein. Schaff mir. Mit der Power Search. Mit der Power der Power Search schaffen wir das. Dafür mache ich mir sogar ein Ding sie rein. Los geht's. Schnell. Wir haben jetzt Leute dahin geschafft, jetzt müssen wir auch selber hingehen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, So, Was ist denn mit dem Internet jetzt? Also, seht ihr das Problem dann? Wird es zwischendurch pixellig oder so? Bei euch? Weil immer die Drops sind zwischendurch? Oder bin ich kurz nicht zu hören oder so? Das wäre doof. Ja, das sieht doch schon mehr aus als nach drei Leuten. Es hängt sie nur wieder. Das ist echt kacke, Mann. Was ist denn da los? Hallöchen. Hallöchen. Ich bin hier beim jungen Gesellenabschied von vier. Richtig, richtige Antwort. Ja, klasse, ist das der Eintrittscode? Das hätte ich die anderen vielleicht auch sagen sollen. Jeder, der das nicht weiß, der hat halt die Arschkelle. Ich hoffe, die anderen wissen das. Also, ich habe es eigentlich jedem gesagt. Was? Viel Spaß. Ciao. Ich hoffe, die anderen sagen das. Was willst du hier? Wurde eingeladen. Nicht, dass die Leute jetzt wieder weggeschickt haben. Das wäre ganz schön doof. Naja, würde ich Anruf kriegen, oder? Ach, hier ist schon da. Dann würde ich Anruf kriegen, glaube ich. Hoffe ich. Ah, Moment. Where is Scarlet? Sorry, Scarlet. Man muss das nachher wieder mit ihr unterhalten, Mann. Ah, muss ich wieder finden. Wie echt? Ich war wieder offen. Ja, es war wirklich viel los auch. Hi. Hallo. Oh, nee, 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 nee. Willst du mich mit Geld bewerfen, weil ich nicht? Hallöchen. Ich bin gleich wahrscheinlich einen neuen Leon-Shorts hier. Und die kommt am Freitag aber auch. Die hat sich extra freien genommen, damit sie dann mit aushelfen kann. Ja. Im Service. Du weißt doch, genau zu Geld sage ich nie nein. Perfekt. Es sollten vielleicht noch ein paar mehr kommen. Ja, wir. Also du siehst großartig aus, muss ich aber leider mal sagen, ne? Dankeschön. Leider. Ganz leider. Du siehst ja jetzt schon großartig aus. Also so könntest du heiraten, ich bin ganz ehrlich. Ach. Nun, meine Königin muss ich auch eben entsprechend so anziehen. Ja, eben. Eben, eben. Höritz, yeah. Der Pöbel, Höritz, ja. Ja, okay, du kannst das ruhig sagen. Ich sag das auch die ganze Zeit. So, der andere Tattoo-Geran ist halt Pöbel für mich. Ja, eben, eben. Heute sind wieder Pöbel von Fia, großartig. Wie können wir ihm dienen? Reichen mir drei Trank und Speis. Wunderbar. Aber Navi ist eigentlich dafür zuständig heute. Ich hoffe, du hast ganz viel Bock mitgebracht. Okay. Ich hoffe, du meinst Bock nicht wirklich, weil ich habe leider keine Siege da. Oh Gott. Ja, vielleicht habe ich auch eine mitgebracht, wa? Wer weiß. Wer weiß das schon. Schön, schön. Dankeschön. Bitte. Wobei, auf so einen Bock reiten, jetzt hier so auf der Tanzfläche in den Kreis, das wüsste ich schon. Wo ist der streichelt so, Destiny? Hi, Navi. Du musst eine gute Frage. Hi, Navi. Okay, ich wollte jetzt was sagen, was ich bestimmt später bereuen würde, deswegen sage ich es einfach nicht. Sag mal. Nee, ich sag's nicht. Nee, Popcorn, ich kann es mir ungefähr vorstellen, Popcorn. Du sagst nicht, sagst nicht. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Jetzt würde ich es trotzdem gerne wissen. Hat das was mit dem Bock zu tun? Ja. Und dem streichelt so. Oh. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es bekommen. Ach, lieber nicht. Ausnahmsweise benehm ich mich mal hier, ne? Bist du auch der einzige Kerl, du musst dich benehmen. Darauf erst mal einen Cocktail, ich sag's, wie es ist. Okay, noch. Verdefinierst du dich nicht, S-Mann? Also, ich kann alles sein, wenn ich will. Ich könnte auch einfach... Wow, die Antwort von Dom ist, dass mit den Autos hättest du nicht tun müssen. Okay, okay. Wirklich. Was soll ich noch machen? Was soll ich noch machen, Leute? Popcorn. Da könnten wir jetzt eine Grundsatzdiskussion darüber ausführen, was, ne? Was macht dein Mann aus oder was macht deine Frau aus? Aber das machen wir nicht bei mir zum Party machen. Viel zu anstrengend. Yeah. Der Typ, ey. Ja, wirklich. Warte, pack. Kann weiter grad nicht einschätzen, was da so läuft. Deswegen, der Tanz passt eigentlich immer ganz gut. Weil diese Arbeiten läuft. Wenn es ein bisschen langsamer ist, passt der. Ein bisschen schneller ist, passt der. Machen wir wieder Bounce an. Es gibt, glaube ich, wieder neue Lieder, ne? Wir haben das eine gar nicht zu Ende letztens. Ne, belastend. Dreckt Gehaltsabzug. Zeig euch, wie es ist. Man kann nie mit denen reden. Also nicht nur Gehaltsabzug, weil ich noch nicht mehr arbeiten muss und trotzdem hier ist. Oder man sucht sich einen Job, wo man nur drei Teile die Woche arbeitet. Das ist auch super. Der Name, der muss aber leider mir den Gehaltsabzug machen, weil ich hab sie angerufen. Ja, wo arbeitest du nicht bei mir? Tja, dann kommt von Null vielleicht Null runter, hm? Aber sie ist im Brautkomitee mit dabei, in der Hochzeitsvorbereitung. Ja, Weddingplaner-Team. Genau. Das Weddingplaner-Team ein Poppaar. Ich muss mir noch einen tollen Armbach hinterlegen. Ja, da brauchen wir... Es ist übrigens schön, dass die Trauzeuginnen übrigens doch einen Dresscode haben, ne? Das ist ganz schön gemein. Fuck your wedding. I'm wedding after. I've got no wedding corn. Wedding corn. Wedding corn finde ich gar nicht so bad, eigentlich. Meine Syncronisieren ja gute Hochzeiten. Ja, natürlich. Okay, Sia, du wurdest abgerutscht mit der Lippo. Ja. Dann wurdest du doch nicht straight hier hingefahren, oder? So. Ja, ich kann das nicht leiser machen. Das ist schon auf der leisesten Lovecraft. Ja, ich kann es nicht leiser machen. Und dann sind wir hierher gefahren. Leiser geht nicht. Und es ist auch... Also, das Lied ist eigentlich leiser als ich. Sagt mein OBS. Das ist ja die komplette Stunde vergessen, dass wir nicht hier waren, oder? Was ist denn in der Stunde passiert? Herr Silber, was ist denn in der Stunde passiert? Da bist du ein bisschen verwöhnt worden, oder? Ja. Okay. Ich bin eine Mutti. Ich sehe schon. Also, da war... Ja, die Stimme hörst du nicht. Die Gespräche ist... Vertriebene Make-ups. Da ist aber auch nichts spannendes bei. Das war schon mal gar nicht. Ja, die tanzen nur nicht, weil sie ihren Tanz hier noch nicht geändert hat. Der ist nicht gesünd. Weiß ich, ihren Tanz hier noch nicht geändert hat. Okay, der Stripper ist eingetroffen. Das sieht jetzt aus. Das haben wir natürlich gut organisiert. Und ich muss ihn wieder bezahlen. Na klar. Ah, das sieht es gut. Ah, das sieht es gut. Das sieht es mega. Pass auf, ich mache das aber anders. Guck mal. Ich werfe jetzt hier das Bündel zu und dann kann sie das Popcorn ab und an mal in den Schlüppi stecken. Okay. Das ist schön. Das finde ich gut. Oh yeah. Das ist schön. Das ist schon wieder gar nicht da. Das haben wir ja doch ja dann. Let's go. Yeah. Natürlich. Wie gesagt. Ich bin halt der Goldschmerz von Unicorn. Wirklich. Das Unicorn und ich, wir sind halt immer verbunden. Ich bin halt immer verbunden. Ich habe eigentlich mal, ich habe gehofft, ich kriege mal einen Einzucker, den ich noch nicht gesehen habe. Ja. Ja. Der kommt gleich vier. Keine Rolle. Ja, aber da warte doch mal. Der kommt gleich. Ja, der kommt gleich. Ja, der kommt gleich. Wie jetzt? Oh. Ich weiß, was noch passiert. Ich habe hier nicht gemacht. Ich habe hier nicht gemacht. Da war ich auch gar Gast in den Kopf. Ich glaube schon. Ja, Papa, du bist nicht mehr. Das sind hier. Das wird ja schon laufend. Das wird ja gerade sein. Das macht es freiwillig. Das ist mir auch freiwillig das Geld. Ja. Das hört sich so unfreiwillig an. Ja, das ist irgendwo doch freiwillig. Ja, irgendwie schon. Das wurde nicht geboten. Ja. Der Maulverwäscher für solche Sachen, die sich so ruuuhuuhu. Ja. Ja, ich mag solche Partys, weil ich komme einfach hin und gehe mit mehr Geld raus. Scheiße. Ja, weil du auch mehr oder weniger dein Körper rauskommt. Du kommst mal ehrlich? Ja. Ist ja auch okay. Ja. Ich meine, den kann man ja auch kaufen so ständig. Solange man da auch zufrieden ist und selbst damit klarkommt, muss man auch mal so toll in Ordnung. Scheiße. Das hat Sumicron auch gemacht. Das hat Mandy abgefacht, um zu Bock haben zu tanzen. Und ich war einfach zu Rat und guckst. Und sie sagt, ja, why not? Das Problem ist halt, ich kenne diese ganzen, ähm, diese ganzen Gespräche, die Popcorn-Bärchen des Strittens führt, die kenne ich halt alle schon in und auswendig. Es sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen. Wo ich auch erst gefragt habe, ob ich auch kann es. Und ich so, nee, eher nicht. War jetzt nicht zu machen. Also wir sagen, die drei neuen Lieder sind großartig. Das ist doch verdammt nochmal nicht zu, weil es mein Tests ist im Juni. Ja, eben, ich kann dir ja nicht die Show stehlen. Okay. Absolut großartig. Das sind große Töne, die du gerade am Sprucken bist. Mir die Show zu stellen. Meine Only-Cans-Erfahrungen sprechen dafür sich. Auch irgendwie will ich es sehen, wenn ich ehrlich bin. Du hast, du hast Fußfotos verkauft. Nein, nicht nur. Nicht nur. Nicht nur. Was hast du noch verkauft? Was hast du noch verkauft? Ja, was glaubt ihr, warum meine Mutter meine Kreditkarte zerschnitten hat? Oh Gott, was? Ja, aber was hat die denn noch so alles verkauft? Ne? Was hast du noch verkauft? Ja, das ist nichts für einen Jugendgesellenabschied, würde ich sagen. Aha. Na, wenn nicht meine Jugendgesellenabschied, oder? Nicht für Wahrheit oder Pflicht oder so. Und Schwunzeln. Obwohl ich da die Braut sehen würde. Also das künftige. So, ich verteile jetzt erst mal ein bisschen Getränke. Hier sieht alle so doßig aus. Oh Gott, das Lied ist ja auch echt ultra. Ähm. Na gut. Vielleicht ein anderes. Also allein nur fürs Meme würde ich mir, glaube ich, einen Spritzer kaufen. Wow. Ghost kommt ja immer drauf an, was du magst, ne? Geht halt das von Junja auch geil. Oh yeah. Danke. Einfach nur, einfach nur, weil es witzig wäre, wenn ich einen Spritzer hätte. So, habe ich jetzt alle erwischt. Hat jetzt jeder weißen Spritzer von mir bekommen. Oh yeah. Oh ja. Dann gönnt euch. Weißen Spritzer, ja? Auf die Braut. Auf die Braut. Auf die Braut. Rein damit. Boah, der ist so lecker, ne, der Wein. Ach, das ist ein Wein. Oh, der schiebt aber gut. Oh nein, bitte nicht. Oh, warte. Ich muss jetzt die Engine wieder ein bisschen... Okay, das sind die Leute, die schon vorgetrunken haben, na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Das ist jetzt Zeit, das ist jetzt Zeit. Ja, natürlich. Ich habe den ganzen Namen Zeit. Sie trinkt was Österreichisches. Ja, auch ich habe tatsächlich keine Ahnung von Alkohol. Ich will ja nicht vergessen. Wenn jemand Hunger hat, ne, ich habe... Ich habe... Genau, ich bin heute der Kiosk. Ich habe alle möglichen Schusswaren, die das Herz begehrt. Wenn jemand müde wird, habe ich auch Energydrinks. Hast du den Boobs Energydrink? Natürlich habe ich den Boobs Energydrink. Wo gibt es den zu kaufen eigentlich? Bei Premiere. Bei was? Oh, was haben wir denn hier? Okay, habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, was das ist. Premiere? Das ist dieser Kiosk... Ja, von mir. Genau, von mir. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, wo der ist. Der Kiosk. Ich bin doch ein bisschen neu. Oh, danke. Geil. Bitteschön. Ich bin relativ neu noch, deswegen. Keinen Stress. Kannst du im Internet einfach unter Premiere gucken und da findest du... Ah, okay, 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 okay. Da hast du auch eine weiße Spritzer her. Ah. Ich habe auch noch mehr weiße Spritzer, ne? Daran soll es nicht scheitern, achso. Und natürlich ist hier wieder mit einem Tequila dran. Bitteschön. Der wird heute übrigens richtig abgefüllt, ne? Finde ich richtig und wichtig. Wird sie auch geträchtet? Kommt sie ja. Popcorn, die denn durchreicht? So, lass mich mal gucken. Da steht er doch. Ne, 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 und weint damit. Dankeschön. Oh yeah. Ja, perfekt. Okay, ja, also die standen, als ich mich angerufen habe, standen hier zu dritt, ja? Destiny, Scarlet und Nami, ja? In der Regel immer Pegel haben, sondern auch die ganzen Gäste. Ich kann dann auf die Idee, vielleicht mal Nascha anzurufen. Da kommen jetzt Nascha-Pop von Cassie her, ja? Vielleicht mal essen oder sagen sie auch. Wen haben die so angerufen in der Zeit? Na, zukünftigen Braut. Frage ich mich. Warum muss ich das immer machen? Was denn voran... Okay, deswegen ist er verwirrt, weil... Oh, ich bin immer ein bisschen... ...weil ich verwirrt, nein. Ich bin einfach nur high. High all the time. Yeah. Das Video jetzt klingt jetzt aber mehr, als wäre es so heiß, als high. Oh, ja, das auch. Ja, wäre es beides. Für dich.